Donder sind immer wieder Leute nun ich weiß nicht mit Schwarz was gibt es denn nur ja es lohnt ab 15 Minuten hat dieser Schritt brucht die Einführung ich sieht das ist der das war im Rüge was gibt es da noch schläfen oder die schläfen lassen immer so das sieht so böse aus ich nehme den bösen look den lassen wir mal jetzt tut es mir leid und jetzt viel besser das war wirklich augenbrauen abstand bieten koppel oder was das war immer wieder aus oben nein nein so nase ich habe eine spitze nase jetzt hat er keine nase und jetzt eine kleine nase und was ist das sagt denn die absen wir machen die perfekte nase ich glaube ich bin unterfordert überfordert ein bisschen soja ich wangen und nein lass mal was nein ich bin so ein hautfarbe uh jetzt können wir die hautfarbe bearbeiten ja lass mal so nehmen das ist das für ein typ das ist mein lieber typ ah der gesicht nein die hautfarbe also lass mal leute merkt mal was merkt man oh dies gefällt mir nein lass nicht sich so schwul aus oder was uh die merkt man es gibt so geil ups lass ja nicht leute ja das wird langsam ein bisschen komisch was war das was war das im auge noch nein so ein weiß gefällt mir diesen avatar verwenden ja jetzt geht's heute dieses mal ein anstrengende sache der vorspann war ja schon 15 minuten leute hier kriegt man es leider nicht auf 30 minuten ich weiß es sehr gut jetzt lasst uns diese bandage leider kann ich keine 30 minuten video machen denn wir haben es mindestens 30 kann ich sie mal noch nicht überspringen ey warte mal da ist jemand hinten wie ist das geht ruhig wie ist das wie ist das was passiert was passiert ich weiß was passiert aber ich will euch nicht nicht Spaß von den Leuten passt doch auf man was ist das sind Fotos sehen wir Fotos aufzuhören da sind auch Fotos in diesem Flugzeug glaub ich gibt's im GTA aber ein bisschen anders ey warum legst du ihn weg der Bart ist scheiße mit den Pixeln pass auf man pass auf pass auf schesse ich kann dir nichts sagen glaub ich oder ey warum sieht mein charakter nicht anders aus seine Kilo seine Kilo fuck fuck über die knacken man ich hab ja nicht genug okay das wird dann besser werden nein ach man weg hier weg ihr manchen drauf komm schon komm schon hätte ich mir den wie hätte ich halt noch knarren trotzdem ist sie fies komm lauf doch komm roll da runter roll die ist mehr mann als du man Oh ja, Bitch. Uh, sie hat einen Kraskarnat, oder? Hey, wohin guckt der jetzt? Guck hier in die Augen, Jan, Mann. Guck hier in die Augen. Boom, Bitch. Okay, Bitch. Ich guck dir in die Augen, wie in mein Bildschirm. Und f*** dich. Und was passiert jetzt? Bist du damit ehrlich? Kanan, Anobi. Was ist das? Der Stand da? Der Späule? Ah, die Funde in die Brust. Das ist scheiße. Okay, die hat was in die Fresse bekommen. Die Haare sehen aus, so ein bisschen. Am Ende. Was sieht vom Zombie? Was macht sie da mit mir? Scheiß. Musst du mich schweren, oder so? Es kam da nix. Fuck. Warum brennt sie jetzt? Ah, das war was entzündlicheres. Warum können wir nicht ihre Waffen nehmen, oder zum Messer? In die Fresse, oder wohin? Boah, warte. Boah, das gefällt mir jetzt schon mal am Anfang. Boah, das ist mal krass. Hey, was soll ich jetzt? Oh, was ist das? Huh, huh. What the fuck? Oh, Fassian. Okay, have time to go. What happened to the woman? Kann ich's nicht überspringen, einfach mal. Einfach nur ein paar Minuten, wäre doch gut für malen. Wer bin ich? So fürs Selbstgespräche. Nichts macht, oder was? Die schlechten und die ganze Welt weltwillig töten. Auf die Beine Soldaten. Wie denn denn? Wer schickt mir nicht vor sich, sagt. Oh, was ist das? Hilfe mir doch wieder hoch, Mann. Was ist das Problem, hat der Typ? Und hier? Okay. Können wir hier hoch irgendwie so? Damit als Stütze? Wir haben doch noch Zeit, Mann. Nein, geht doch nicht. Wir benutzen die Tür gleich. Geht doch da lang. Oder Loch hat er in eigenen Willen, oder was? In eigenen Willen. Ich muss ihn nur nach vorne bewegen. Weil er versucht selbst hoch. Ja, ja, ja. Ehrlich? Ich will nicht unter seinen Schritt gucken. Das ist eklig. Und geklopft. Na klar. Okay, komm. Oh. Aber ja, die kann leicht reden, oder was? Ich kann meine Beine nicht benutzen, Mann. Okay, der hat mir was gespritzt, damit meine Beine gleich hochkommen. Komm, komm. Nein, nein. Wohin geht der? Wohin geht der? Benutzt doch die Stammelsüße. Oder Ixa so gemacht, dass... Ach, was ist das? Hatte keiner. Ja, er hat keinen Unkosan. Wie war das? Neun Jahre hat die Typ auf mich gewartet. Neun Jahre. auch noch bitte ich würde ein bisschen laufen dürfen nein ja ich steuere grad nichts aber egal jetzt bin das bin ich weg dass ich jetzt allein oder was mit dem zoom ist echt gut gemacht worden ja hilf mir warum darf ich nicht diese stange benutzen einer seite um ein bisschen hoch zu kommen aufzug ist das ist was ist das nein bewegt das mädchen und brennt was das war das was ein mädchen in der psychiatrie und so das ohne eine brennt nein nein wenn ich steuern wo es mit meinen langen ginkg ich meine ganzen den kurs ziehen das das ist das nicht genau wie es sind und jetzt Das war doch. 2 Lächer. 3. 4. Fuck man. Was das kann oder was? Haben wir nicht hoch? Nein. Noch einmal hoch ist. Hilft mir doch öfter. Das wäre so gut, wenn ich das da benutzen könnte. Herz dir mal ein bisschen. Guck mir so richtig leid, einfach mal. Jetzt benutzt er die andere Hand. Die kaputte Hand benutzt er jetzt. Ah, ist die Hand gebrochen oder so? Ja, Mann. Das meinte ich, das da wollte ich als Stütze benutzen. Oh, läuft der jetzt schon wieder allein? Hat er seinen eigenen Willen wieder? Okay, weiter geht das. Hold on, let's fix it. Einrinken. Ohne Betäubung oder was? Ah, fuck, Mann. Ah, was für Schmerzen muss er das machen. Das soll ich nichts mal selbst machen. Oh, nichts mal selbst. Over there. Scheiße, voll gekommen. Vier oder was? Mehr oder was? Viel, viel. Leiden. Nein, kommt vier. Scheiße. Grasgranate oder... Tränengas oder was? Oder Rauchgranate. Nein, Tränengas. Ja, wartet doch mal. Das meinte dann nicht. Mir gefällt das. Das war mir auch schon klar, dass ich kriege muss voll oft hier, aber so oft jetzt auch kriege. Okay, wohin, Mann? Nein, du folgst mir.